KBJ Show, heute an einem Sonntag, was geht ab Freunde und ihr seht schon, wir haben das krasseste Game der Saison vor uns, Lakers gegen Warriors. Zumindest vom Matchup, zumindest vom Namen her muss man sagen, dass Lakers gegen Warriors mehr ballert als alles andere. Wir haben dazu aber auch noch Celtics gegen Suns, wo ich mich extrem drauf freue. Wir gehen ein bisschen in OKC gegen die Mavs, auch da habe ich Bock drauf. Wir wollen ein bisschen über Wemby reden, wir schauen in die Tabelle und wir schauen auch in die Boxscores. Wir gucken natürlich bei NBA, was sonst noch für Highlights passiert sind. Aber ich war bisher nicht auf deren Channel, weil ich nicht gespoilert werden wollte, vor allem für Lakers gegen Warriors. Wir gucken auch ein bisschen Top-10-Plays. Tabelle habe ich schon erwähnt, genau. Ey, viel mehr ist es gar nicht, was ich am Anfang besprechen will. Achso, ein Hinweis, ihr habt es vielleicht gesehen, Mike James, der Euroleague All-Time-Leading-Scorer, das ist der junge Mann hier, den hatte ich im Interview bei NBA und Drafted und für alle, die sich so ein bisschen mit der Euroleague auskennen und mit Monaco auskennen, mit dem Team. Es war nicht der einzige Spieler, den wir da interviewt haben, denn nächste Woche droppt noch ein Interview und ich spoiler das hier mal kurz. Wir haben es wirklich geschafft, nicht nur Mike James zu interviewen, sondern auch noch Kemba Walker. Das war sehr, sehr krass. Beide in person getroffen, interviewt, waren beide super nett, war richtig, richtig cool. Und yes, das Mike James-Interview ist schon draußen und Kemba droppt nächste Woche. So, jetzt aber auch genug Werbung, Leute. Wir gehen direkt rein. Wir sind in L.A. Wir sehen hier dieses, was ist das, ein Planetarium, glaube ich. Dieses Ding hier, das sehen wir so oft in Filmen. Äh, was mir gerade einfällt, ist bei La La Land zum Beispiel ist das. Und ey, wir gehen jetzt hier mal rein. Wir haben Mike Green im Call. Wir haben hier, ja, wunderschöne Einstellungen von L.A. Richtig geil. Walk of Fame. Bisschen overrated, ehrlich gesagt, Walk of Fame. Okay, und wir gucken, wen haben wir. Okay, ich wollte gerade sagen, ey, ich dachte, der hat uns geteasert mit dem Thumbnail. Aber nee, wir haben Curry, wir haben LeBron, wir haben Austin Reeves, D'Lo, Hachimura, Davis. Und hier haben wir Wiggins, wir haben Draymond, Pochemski und Kuminga. Okay, geil. Wir haben Clay von der Bank. Ich weiß nicht, ob Chris Paul gerade gesund ist, ob der spielen wird. Aber auf jeden Fall sieht das nach einem sehr, sehr geilen Match-Up aus, Leute. Ich freue mich extrem. Let's go. Okay, wir starten mit einem Austin Reeves-Dreier. Wie gesagt, ich habe nichts davon gesehen. Ich weiß nicht, wer gewinnt und ich habe richtig Bock auf dieses Spiel. Gut, Pass. Ich habe vorhin nur irgendwas gelesen, dass Anthony Davis ein Problem hatte mit seinen Augen. Ich weiß nicht, ob der sich verletzt hat, ob der irgendeine allergische Reaktion hatte. Weiß ich nicht. Oh, wilder Wurf von D'Lo. Also für beide Teams geht es hier um eine Menge natürlich in Sachen Play-Ins. Wir müssen später auch mal in der Tabelle schauen. Ich habe gehört, dass die... Warte mal, das ist ein bisschen laut hier gerade. Ja. Ich habe gehört, dass unter anderem die Rockets jetzt wohl gerade gar nicht so schlecht stehen, einiges gewonnen haben. Und deswegen ist es weiterhin schon wichtig, dass Lakers und Warriors ihre Siege holen. Oh, guter... Oh! Let's go, Kuminga. Oh, das war gut rausgespielt. Ja, aber wirklich. Wir haben hier eine Menge, Menge Buckets gleich am Anfang. 15 zu 13. Wir haben noch wenig gesehen von Curry. Es ist viel Kuminga hier am Anfang und Wiggins. Ja, genau, warte mal hier. Wir sehen ja hier unten die Rankings. Also die Warriors sind an der 10, die Lakers sind an der 9. Genau, und es geht halt ums Play-In. Das ist ein bisschen schade natürlich bei so prestigeträchtigen Teams, dass es hier in Anführungszeichen nur um die Play-Ins geht und die Positionierung in den Play-Ins. Aber es macht ja trotzdem Bock, die beiden gegeneinander zu sehen. Und bei dem einen oder anderen Match-Up würde ich die Warriors auch nicht gerne facen, wenn ich das andere Play-Off-Team wäre. Also wenn ich jetzt, ähm... Ja gut, wenn ich Denver bin, dann hätte ich schon Bock auf die Warriors, weil die haben zuletzt irgendwie 11 aus... Ne, 10 aus 11 gewonnen. Gegen Golden State. Aber... Also die Kings zum Beispiel wollen, glaube ich, weder die Lakers noch die Warriors sehen. Auch wenn Sabonis noch nie ein Spiel verloren hat gegen AD. Das fand ich irgendwie eine krasse Statistik. Ja, okay, wir haben Chris Paul, wir haben auch Clay. Jackson Davis ist jetzt auch drin, GP. Also wir haben jetzt so ein bisschen die Bench-Rotations. Und ich hoffe, dass das ein enges Spiel bleibt. AD könnte hier ein bisschen gucken, wahrscheinlich, gegen die etwas schwächere Competition. Hier ist erstmal Clay. Barkin. Oh-oh. Mh. Okay, jetzt gegen das alte Team von seinem Dad, ne. Und ich denke mal, dass er da wahrscheinlich immer extra motiviert ist, extra heiß ist. Die Lakers wollten ihn auch jahrelang haben in der Free Agency, immer versucht, ihn zu bekommen. Also Clay hat, glaube ich, extra Motivation. Oh. Oh, give me that. Okay. Geile Intensität. Oh. Geile Intensität hier drin. Boah, die Lakers fast 60 Prozent und Clay ist weiterhin heiß. Holy shit, 13 Punkte schon für Clay. Geiler Pass. Sehr geiler Pass von Braun. Ja, die Quoten sind unfassbar gerade und Clay ist hier richtig am Kochen. Oh-oh. Boah, ich bin gespannt. Ich weiß halt gar nicht, wie es ausgeht. Ich weiß nicht, wer eine krasse Performance hatte. Aber ich kann schon mal sagen, dass Clay hier komplett ausrastet. 17 Punkte. Oh. Good Pass. Boah, Bench Points richtig in favor für die Warriors. Das war auf jeden Fall ein Foul. Wir haben immer noch wenig gesehen von Curry. Hier mal der Floater. Oh mein Gott, was ist das für ein Einsatz hier von, wie heißt der, Jackson Hayes. Alle heißen Jackson oder Davis, ey. So, was ist das für eine Defensiv-Arbeit, aber auch von D'Lo. Die haben alle gepennt hier, die Lakers. Das war wack. Hier ist Steph, okay. Der müsste Money sein. Ja. Hm. Mhm. Ausgeglichenes Game. 51-51. Mismatch City, sein Vater da, LeBron gegen Chris Paul. Oh, Lakers lassen den Ball schön laufen. Rui attackiert, let's go. Mh. Aber es ist noch nicht das wilde Curry-Game. Boah, der war stark. Der war sehr stark. Den Witty. Müssen wir gleich mal checken, ob er mittlerweile angekommen ist in L.A. oder nicht. Ja. Das war der Bowie-Assist. Da ist der Korb danach eigentlich immer drin. Curry bin faul, kriegt's nicht. Oh, hier ist wieder Clay. Alter, guck, Clay hier, die Lakers. 21 Punkte. Fuck are they here. Beautiful pass from Draymond Green. Oh, oh. Ey, was ist denn mit D-Lo, ey. Wir müssen echt mal mehr über D-Lo reden, also noch mehr über D-Lo reden, weil was spielt der denn nur für eine Saison? Da wird man einmal gebencht in den Playoffs für Dennis und schon spielt er die Saison seines Lebens. Schau mal, wie der den Fuß noch so unnötig anzieht. Good pass. Nice. Ja. Dieses Play von den Warriors haben wir eine Million Mal gesehen. Funktioniert fast immer. Minus drei. Boah, Lakers müssen dranbleiben und sie haben ja D-Lo, den dritten Splash-Bro heute. So. Und das ist so ein Thema, Leute wollen immer Draymond kritisieren. Und oft auch zurecht, vor allem wegen seinen Sachen, die er halt in Sachen Flagrant-Fouls und sowas begeht. Aber man unterschätzt total, was Draymond für ein überragender Passer ist. So hier, schau mal, die Geduld, die er hat, zu wissen ganz genau, wo der Ball jetzt hin muss. So, obwohl er gut verteidigt wurde von LeBron, obwohl Austin eigentlich so gut es geht an Curry dran war, den trotzdem dann genau on the money dahin zu bekommen für den Cut ist perfekt. Schöne Handles von Curry. Okay, wir sind schon Mitte, drittes Viertel jetzt, wir haben weiterhin ein ausgeglichenes Game, so muss es sein. Ey, D-Lo guckt! D-Lo 19 Punkte, Clay irgendwie über 20 Punkte, das ist richtig das Spiel, der Roleplayer. Wir haben wenig gesehen von AD, wenig von LeBron bisher. Ich sehe AD auch gerade nicht auf dem Feld. Ich weiß nicht, ob das seine Rotation gerade ist oder ob er wirklich vielleicht eine Verletzung hatte. Boah, wilder Dreier von Curry. Hier ist LeBron im Mismatch und schafft es, okay. Oh. Jetzt führt, oh, okay, jetzt führt das. Oh, und der ist so richtig angepisst. 24 im dritten, nee, 24 im zweiten und dritten Viertel. Trotzdem, nice. Okay, Golden State führt mit 10 und ich glaube echt, wir haben kein AD mehr in diesem Spiel. Er ist natürlich tough für die Lakers, hier bester Verteidiger nicht drin. Gehen hier mit diesem, in Anführungszeichen, Small Ball mit Rui auf der 5. Oh Gott, Curry ist weiter am Kochen, oder? Ja. Ja, vor allem jetzt, wo die Rim Protection fehlt. So, jetzt wacht LeBron aber auch ein bisschen auf, geht für den And One. Nice. Oh, was ein Spiel. Aber plus 8 für die Warriors. Ihr seid natürlich wirklich hart dann in der Defense. Rebounding, ah, Jackson Hayes schießt wieder rein beim Rebound. Und Torian Finney läuft den, äh, läuft den Closeout nicht. Okay, also er reboundet zwar nicht, aber es sah auch aus wie ein Travel, ehrlich gesagt, sein Move, aber am Ende der Dunk war nice. Okay, minus 5 aus Sicht der Lakers. Noch ein ganzes Viertel vor uns. Oh, aber sie kriegen Klay auch gar nicht in den Griff. Chris Paul. Ist wichtig für beide, dass sie gewinnen. Aber nochmal, Lakers halt ohne AD jetzt hier. Oh, Torian Finney. Ah, und seinen eigenen Rebound, Torian Finney. Hm. Boah, glaubt ihr noch an die Lakers, Leute? Ich weiß nicht, ob ich dran glauben kann im Moment. 108, 101. Boah. Boah, erstmal gerade verschluckt. Und dann, Klay ist und Feier in dem Spiel. Also, das ist halt schwierig, wenn du gegen die Warriors spielst und Klay gibt dir so ein Spiel von der Bank. Das ist ja dann genau das, was man gesagt hat die ganze Zeit über ihn. So, ey, guck mal, wenn er nicht mehr starten würde, sondern von der Bank kommen würde und mehr so die Bankspieler bei den anderen Teams zerstören würde, das wäre mehr seine Rolle mittlerweile. Und das ist einfach perfekt, was er hier macht. Ah, ich glaube irgendwie nicht mehr an die Lakers. Da müsste jetzt schon irgendwie D'Lo kommen mit drei Dreiern in Folge oder so. Ich sehe es irgendwie nicht. Oh, LeBron, back to back end once, okay. Aber du brauchst auch Stops. Du brauchst Stops und das ist scheiß Defensiv von den Lakers dauernd. Wieder LeBron, Rui, Austin. Okay, der zählt. Boah, ist das ein enges Spiel. Vier Punkte. Aber sie müssen da irgendwie dranbleiben. Oh, wieder der perfekte Pass. Ich habe es euch gesagt. Er ist so ein underrated guter Passer. Ich meine, die meisten von euch, ich muss es vielleicht ein bisschen relativieren, weil wir haben hier ein Video, was vielleicht eine Stunde geht oder ein bisschen kürzer. Ihr wisst, hier sind die Leute, die wirklich Basketball leben und verstehen. Deswegen, ich tue euch unrecht, wenn ich gerade sage, so ihr wisst nicht, was Draymond für ein guter Passer ist. Das ist falsch. Aber so der casual NBA-Fan, der einfach nur sagt, Draymond Green ist der Typ, der immer nur Flagler und Fouls begeht. Ja, ist er auch, aber er ist auch ein begnadeter Passer. Das ist perfekt gespielt. Minus sechs. Achtung, Achtung. Ah, das ist, nee, das ist zu easy. Drei Lakers stehen da drumherum, nee. Das war Trash von LeBron. Ich hasse LeBron manchmal in solchen Situationen, weil das ist so, du hast gerade auch bei dem Play davor so irgendwie, er hat keine Körperspannung in solchen Momenten, Mann. Das fuckt mich immer ab, so achte mal auf LeBron. So, na, nö, na, nö. So, und jetzt genauso, pass auf, warum lässt du dich von Draymond im Drive schlagen? Ja, okay, weil er dachte, es gibt ein Handoff auf Curry. Okay, das, ja, das kann ich verstehen. Also, weil Curry ist hier. So, und LeBron hat natürlich Sorge, dass hier ein Handoff gelaufen wird. Deswegen geht er da hin und Draymond faked das Handoff. Ja, okay, ja. Nee, das ist die Hilfe von Jackson eigentlich. Der muss da tiefer in der Zone stehen. Der muss tiefer in der Zone stehen, aber dann würde der Ball rausgehen auf Wiggins, dann müsste Torian da hin und dann wäre Clay frei in der Corner. Also, so oder so, wie du es machst, machst du es falsch gegen die Warriors, aber das ist schade, dass sie hier nicht mehr Defense haben, mehr Helpside-Defense. Neun Punkte. Ein gutes LeBron-Game, so wie ich das sehe. Ja, Scott hier eine Menge. Let's go, LeBron. Aber ich weiß nicht, ob das... Oh, 38 für Braun, krass. Oh, Leute, wo ist die Defense? Wo ist die Defense, Lakers? Das ist... Puh, das ist Trash. Die machen sich so schwer, ey. LeBron ist hier am Kochen ohne Ende. Oh, und verliert den Ball. Das war eine wichtige Possession und er wollte zu viel. Oh, oh. Ey, wie oft haben wir dieses Play schon gesehen? Der Warrior ist wirklich eine Milliarde mal. So, es ist immer das Gleiche. Kuminga steht hier in der Ecke oder wer auch immer da die Anspielstation ist. Früher war das auch Fili Gudala. So, und dann cuttet Draymond zum High-Post. Dadurch muss Austin hier aushelfen. Und dann ist immer der Dankerspot hier frei für den Alley. Es ist super gespielt. Neun Punkte, eine Minute. No way, dass die Lakers hier nochmal kommen. Nope. Ich mag es mit, was für einer Physis er spielt. Alles geil, aber das reicht nicht. Ja. Okay. Shoutout an die Warriors für diesen Roadwin. Wir gucken uns das Ganze mal im Boxscore an. Das war auf jeden Fall ein knappes Spiel. Wir wollen uns das mal angucken. Wo ist mein Boxscore? Wo ist mein Boxscore? Lakers won't go anywhere unless they improve defensively. Ja, das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Also die Lakers müssen einfach besser verteidigen. Die haben so viele einfache Buckets für die Warriors zugelassen. Wobei nochmal, ohne AD muss man schon wirklich berücksichtigen. Ist halt mit Abstand ihr bester Defender. Also, Curry hatte 31 und 6 und 5 und 2. Nur einen Turnover. Das ist sehr stark. Dreier nicht so gut getroffen, aber aus dem Feld stark. Was hatte Clay? 26 von der Bank. Das ist tough. Und was haben wir noch? Kuminga hatte auch 23. Dremont hatte 13 Assists, 12 Rebounds. Das meinte ich eben mit sehr, sehr krasser Passgeber. Wiggins 16, Pochemski 0,5, Jackson Davis 10. Okay. Ja, Warriors haben krass geworfen. Über 50, über 40, über 80. Rebounding haben sie wahrscheinlich auch gewonnen. Ja, Rebounding haben sie gewonnen. LeBron hatte 40, 9 und 8. Krasse Quoten. Alles stark gemacht. Vier Turnover sind auch okay bei dem Output. Aber es hat am Ende leider nicht gereicht. Ja, er hat nicht so viel Hilfe wirklich bekommen in dem Spiel. D'Lo war noch okay. Aber alle anderen haben ehrlich gesagt nicht so gute Spiele abgeliefert, so wie ich das hier sehe. Okay, Jackson Hayes hatte immerhin 12 Rebounds. Der ist dann so viel eingesprungen für AD. Ja, und AD hat nur 12 Minuten gespielt. Also, das ist ein bisschen schade oder ein bisschen bitter für die Lakers, dass sie in so einem Spiel dann nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte sind. Aber so ist die NBA. Du bist halt, oder Spieler verletzen sich, das kennen wir. Okay, wir gucken gleich noch in der Tabelle, was das jetzt bedeutet für die Mannschaft. Ich will kurz dieses Play hier anmachen von Jalen Green, weil ich davon so viel gehört habe. Wir werden das Spiel natürlich nicht gucken. Also, ich mag ja wirklich Basketball. Aber dass ich uns jetzt Rockets gegen die Wizards antue, glaube ich nicht. Obwohl die Rockets nice sind, versteht mich nicht falsch. Aber ich weiß, dass Jalen hier einen miesen Move gehabt haben soll. Deswegen gucken wir den kurz an. Okay, behind the back. Oh, er crew... Oh, okay. Oh, das war nasty. Nochmal. Das war nasty. Aber warum fällt der? Wird er geworfen? Ah, er steigt ihm auf den Schuh. Ja, okay. Das ist aber scheiße, weil sie... Achtung. So, hier. Er steigt ihn kurz auf den Schuh. Und dadurch fällt er hin. Ja, ein bisschen bitter, aber er guckt ihn noch an. Und er guckt nicht mal zum Dreier hin. Wow, das ist tough. Das ist sehr, sehr tough. Dann zum Dreier nicht zu gucken, als wärst du Curry. Das ist hart. Okay, apropos, das ist hart. Wir gehen ins nächste Spiel. Wir haben nämlich die Suns gegen die Celtics. Haben die nicht neulich schon gespielt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, jetzt spielen sie hier... Ja doch, ich glaube schon, dass die neulich in Phoenix gespielt haben. Glaube ich zumindest. Aber jetzt sind wir auf jeden Fall in Boston. Ich habe die erste Halbzeit tatsächlich im NBA-Store geguckt. Ein bisschen, weil wir Johannes Thiemann interviewt haben. Weltmeister, deutscher Nationalspieler, Alba Berlin-Spieler. Und da haben wir im Hintergrund dieses Spiel angemacht. Und wir waren sehr früh da. Und dann haben wir die ganze Zeit einfach dieses Spiel geguckt. Ich meine, dass es relativ ausgeglichen war. Vielleicht habe ich auch nur das erste Viertel gesehen. Okay, Earl Horford ballert hier nach vorne. Ich skippe ein bisschen vor, okay? Ich denke, das wird ausgeglichen sein. Ja, guck mal. 51-50 kurz vor der zweiten Halbzeit. Hier gehen wir jetzt mal rein. Boah, Ball ist mit auf dem Feld. Hier ist erst mal Jalen mit der rechten Hand. Klar. 15 Punkte in dem Viertel für Jalen. Bradley Beal. Wir haben Beal, Booker und Durant zusammen auf dem Feld. Kein Box-out von KD. Und dann bekommt er auch noch von seinem Erbe den Dreier ins Gesicht. Oh, kriegt den Back-to-Back ins Gesicht. Tatum fühlt's. Good Pass. Oh, das ist ein geiles Spiel. 65-60. Okay. Gut aufgepasst von Tatum. Aber Pech für ihn. Hat er eigentlich gut gelesen da. Nur KJ, freebounds, aber nur vier Punkte. Booker, fall away. Passt. Oh, gut. Boah. Drew ist so krass. Drew ist so krass in der Defense, einfach nur. Oh, das war einfach ein wecker Pass. Ja, das war einfach ein dummer Pass. Okay, Celtics ziehen hier weg. 11-0 Run in den letzten zwei Minuten 20. Phoenix hat jetzt natürlich nicht die überragendste Defense, aber sie können halt offensiv eigentlich immer mit jedem Team toe-to-toe gehen. Grayson Allen, bester Dreier-Shooter aktuell der Liga. Also höchste Quote. Aber ja, die Suns haben die Defense nicht wirklich. Zehn Punkte Game. Hier apropos Defense. Drew hat natürlich die Defense. Pull-Up-Dreier. Keiner verteidigt ihn. Bucket. Hm. Kommt KD hier nochmal ran. Äh, kommt KD hier nochmal ran. Kommen die Suns hier nochmal ran. 14 Punkte. Und die Celtics gehen halt nicht vom Gas. Es geht immer weiter. Jetzt fällt der nächste Dreier. 17 Punkte Game. Es geht weiter. Oh shit. Oh shit. 20-Point Game. Einfach so. Innerhalb von ein paar Minuten. Von einem ausgeglichenen Spiel zu einem 20-Point Game. Einfach so. Celtics sind nice. Aber nochmal. Also wenn die Suns eine Sache können, dann Scoring. Maus in der House. 17 Punkte. Ich würde nicht darauf wetten, dass die Celtics hier gewinnen. Früher ja. Heutzutage nicht mehr. Heute ist die NBA anders. Heute ist es schneller. So beide Teams. Oder nee, vor allem die Celtics werfen wieder so unmenschlich viele Dreier. Und treffen aber auch unmenschlich. Ja, dann bist du einfach weg. Also wenn du 39 Dreier wirfst und 50 Prozent triffst, das ist krass. Fuck it. Okay, das hätte auch ein Foul sein können. Oh, hoffentlich nicht verletzt. Oh, gut Pass. Oh, und das war der Bobby Pass. Oder? Also es war nicht, es war zwar nicht between the legs, aber es war außen dribbling quasi mit der linken Hand. Oh, bester Pass der Welt. Bester Pass der Welt. Auch hier, ich habe keine Ahnung, wer das Ding gewinnt. Im Moment würde ich mal stark mit den Celtics gehen. Ich sehe irgendwie nicht, dass die Suns hier nochmal rankommen, weil ich überhaupt nicht sehe, dass sie hier Stops generieren können. Oh, oh, Jalen, Achtung. Das war viel mit der linken Hand, da musst du aufpassen. Oh Gott, Iso gegen Ball. Tough, tough. 19 Punkte. KD gegen Tillman. Woo! KD mit dem Poster. Nee, ich glaube, das... Ich sehe es gar nicht. Ich sehe es gar nicht, gerade bei den Suns, dass die hier nochmal rankommen. Ja, Holiday war crazy in dem Spiel. Keiner verteidigt ihn. 16 Punkte. Good Pass. Ah, ah. Ah, ah. Ich sehe es nicht bei den Suns. 17 Punkte. Es ist immer noch möglich, halt in der heutigen Zeit mit den Dreiern, das ist möglich, aber es ist schon sehr ungewöhnlich, wenn sie das jetzt noch verlieren würden. Ich denke, die Starter werden auch gleich ausgewechselt. Schöner Move noch hier von Booker am Ende. Aber ich glaube, die Starter sind jetzt bald raus. Nee, hier nochmal der Stil von... Oh! Okay. Und das war der Dagger. Das war... Das war der Dagger. Damit müsste das Ding durch sein. Jetzt würde ich die Starter auswechseln, wenn ich die Suns wäre. Dagger Dunk sehen wir auch selten. Ja, und jetzt ist Garbage-Time. Okay. Also, die Celtics gewinnen gegen die Suns. Ist jetzt nicht mega überraschend. Die Celtics bleiben halt das beste Team in der NBA aktuell. Ich will es mir einmal angucken, was genau... Warte mal, wann war denn das Spiel? Das ist schon ein paar Tage her. Ja, ich kriege es hier gar nicht mehr im Boxscore. Nee, warte, dann muss ich schnell anders danach suchen. Sorry, Leute. Also, wir gehen zu den Suns. Wir gehen in den Schedule. Wir gehen im Schedule nach unten. Ah, die haben heute Nacht gegen Charlotte gewonnen. Okay, big surprise. Und sie gehen hier rein. Und wir gehen hier rein in den Boxscore. Also, wir fangen mal bei den Celtics an. Die Celtics, ja, unmenschlich getroffen. 50, also 50 Prozent bei 50 Dreiern. Das ist... Was soll ich euch sagen? Also, ihr wisst selber, dass das gestört ist. Tatum 4 von 8. Horford 6 von 10. Das sind die frustrierendsten Spiele, wenn dir einfach so Al Horford von der Seite kommt und plötzlich aus dem Retirement Home 24 Punkte droppt. 24 Punkte für Al Horford ist krank. Holiday war 3 von 5. Jalen war 5 von 9. Also, die haben halt krass abgefackelt von der Dreierlinie. Viel mehr war es auch nicht. Brown hatte 37. Tatum 26 und Horford 24. 10 Assists für Drew. Shortout dafür hatte das höchste Bucks plus minus mit Tatum zusammen. Von der Bank war gar nicht so wild. Und bei den Suns, du kannst ihnen eigentlich kaum einen Vorwurf machen. Also, Biel war 22 Punkte. Cadino 20 Punkte. Okay, ein bisschen wenig. Booker 23. Von der Bank auch nicht viel. Boah, boah. Mit 10 Punkten. Ein Showdown dafür in 15 Minuten. Aber nochmal, also, wenn die Celtics, die ja eh schon das schwerste Team zu spielen überhaupt sind, wenn die dir hier kommen mit 50 Prozent Dreier bei 50 Versuchen, dann kannst du das nicht gewinnen. Also, muss man jetzt auch nicht zu sehr die Suns kritisieren für irgendwas. Das kannst du halt. Außer diese ganzen Dreier waren frei. Also, ein paar waren frei, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es mir extrem aufgefallen ist. Okay, wir gehen ins nächste Highlight, und zwar dieses hier. Da wollte ich kurz mit euch drüber reden. SGA foult absichtlich, damit er auf 30 Punkte kommt. Was haltet ihr davon? Also, dieses Spiel ist gelaufen. Wir haben hier 119 zu 109. Achso, OKC ist down. Ah, okay. OKC ist down. Mit 10 Punkten verlieren dieses Spiel, ja. Und SGA foult einfach nur, damit OKC den Ball nochmal bekommt, weil Shea dann für 30 Punkte gehen kann. Weil die foulen ihn jetzt natürlich nicht mehr, das weiß er. So, und er geht Coast to Coast, und jetzt hat er, glaube ich, seine 30 Punkte. So, wir sagen mal so, eigentlich wird das in der NBA nicht gemacht, und es wird ja immer extremst rumgeheult, wenn irgendwie ein Spieler, der in dem Team spielt, was eine Führung hat, gegen Ende nochmal einen Korb macht, weil das ist scheinbar das Schlimmste, was man machen kann an Disrespect. Wie findet ihr das? Also, findet ihr, das ist ein bisschen drüber, was Shea da gemacht hat? Das hat mich so ein bisschen erinnert an Ricky Davis und an Giannis. Ihr wisst es vielleicht, dass Ricky Davis, das muss ich euch kurz zeigen, Ricky Davis Triple-Double, das war irgendwann in den 2000ern, und da war er kurz vor einem Triple-Double, ja. Cleveland führt hier mit 25 Punkten. Qualität ist auf jeden Fall All-Time-High. Und schau, was Ricky Davis jetzt macht. Hier ist Davis, ja, und er sagt so, gib mir den Ball. Das hier ist sein eigener Korb, okay? Das ist der Korb, auf den Jutta spielt. Und er legt den Ball an den Ring und holt ihn sich wieder und hat dadurch einen Rebound bekommen und hatte dadurch einen Triple-Double. Und jetzt wird er dafür auch gefoult. So, zu Recht wahrscheinlich auch. Das war damals ein ziemlich großes Thema, dass Davis da alleine für dieses Ding gegangen ist. Das Gleiche hat aber Giannis, glaube ich, auch neulich gemacht. Und da fand ich es auch ziemlich whack. Er hat auch weniger Kritik bekommen, als ich dachte, dass er das normalerweise bekommen würde. So, hier ist die Situation. Genau, one rebound shy of a Triple-Double, hat die Kommentatorin jetzt auch gerade gesagt. Und schau, was Giannis jetzt macht. Also, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass es am Ende gar nicht gezählt hat. Aber es ist schon mega whack von ihm. Also entweder du holst dir einen Triple-Double oder du holst dir keinen Triple-Double. Aber da den Ball nochmal hochzuwerfen auf deinen eigenen Korb, ist ja sowas von whack. Weiß ich nicht. Ja, was haltet ihr davon bei SGA? Man muss sagen, SGA hat ja neulich auch dieses Interview gehabt, wo er meinte, so bei ihm ist halt alles konstant und er legt da sehr viel Wert drauf. Wenn wir uns das hier mal angucken, wie viele 30 Punkte Games hat SGA? Warte. Genau, also das war gegen Indiana. Hatte er 30, jetzt hat er wieder 31 gegen Dallas. Scheiße, jetzt habe ich mich selber gespoilert. Und wenn wir hier gucken, schau mal, wie viele 30 Punkte Games der Junge dieses Jahr hatte. Das ist ja gestört. Hier, das gegen Washington. Acht und vier. Also, wie viele Games sind das? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. Ah, cool, jetzt habe ich die Übersicht verloren. Auf jeden Fall weit über 20. Sieht fast schon aus, so in Richtung 40. 35, 40 Spiele, über 30 Punkte hat der Mann. Und er legt scheinbar gerne 30 auf. Und dann hat er da absichtlich gefoult. Finde ich persönlich ein bisschen wack. Aber er hat irgendwie weniger Kritik dafür bekommen, als ich gedacht hätte. Okay, wir gehen jetzt mal in dieses Spiel hier, gegen Dallas, wo ich mich, wie gesagt, gerade selber gespoilert habe, ich Idiot. Und wir gehen hier auch mal in die zweite Halbzeit. Ah, geil, wir haben ausgeglichenes Game. Dallas ist mit zwei hinten, OKC führt mit zwei. Wir sind in OKC. Jetzt gehen wir hier mal rein. So, ich sehe Dante Axum. Ich sehe hier Chad, äh, Chad, Giddy mit einem Putback. Ich sehe keinen Luca. Deswegen war wahrscheinlich auch nur Kyrie auf dem Thumbnail. Hier ist Shea. Oh, Dallas, gar keine Fieldgoals die letzten drei Minuten. Das ändert sich aber, wenn Gafford kommt, weil Gafford wirft nie daneben. Der hatte irgendwie über 30 getroffene Fieldgoals in Folge. Geiler Pass von Giddy. OKC führt hier mit neun. Oh, oh! Ah, nicht aufgepasst auf den Ball. Kriegen wir hier einen Chasedown. Oh! Yo, der war nasty. Uff, der war sehr nasty von Jalen. Schau doch dafür. Buckets von Kyrie. Lively. Lively gegen Chad. Rookie gegen Rookie. Bucket. Kyrie ist so beeindruckend, Mann. Kyrie einfach, boah. Gibt kaum einen Spieler, der so geskillt ist wie er. Und langsam passt es auch wieder so off the court. Also man bekommt nicht mehr jeden Tag irgendwie eine nervige Meldung, was er jetzt wieder gesagt hat. Sehr, sehr knappes Game hier. Ah, Gordon Hayward ist auch da. Das ist Nummer 1 Kandidat für, ach so, der spielt jetzt da. Weil jedes Mal bin ich überrascht und frage mich, hä, was haben die da für einen Euro geholt? Hardy mit dem Bucket, aber okay, sie fühlt hier relativ sicher. Bobby ist es von Tim Hardaway Jr. Hier ist Jalen. Kranker Two-Way-Player bei den Thunder. Oh! Jalen wieder mit einem geilen Dank, aber Gafford war da, um es abzukleenen. Hier ist Giddy für drei. Nein, das kann er normalerweise nicht. Der fällt aber. Ja, man sieht, den Mavs fehlt Luca. Also die Offense ist ein bisschen ideenlos, finde ich. Gafford, so eine Maschine. Aber Jalen auch viele gute Aktionen. Minus drei, es ist wieder Jalen, der hier attackiert. Boah, macht der das gut, ey, macht der das gut für den Second-Year-Player. Gute Hände von Chad. Okay, C pusht den Ball. Trailer, Trailer, ja. Oh, das wird hier nochmal eng. 109, 104. 111. Shea bisher nur 25 Punkte. Glaubt ihr, er kriegt jetzt so ein bisschen Puls? Glaubt ihr, er denkt sich jetzt so, ah fuck, ich brauche unbedingt noch 5, 6 Punkte, damit ich auf meine 30 komme? Plant jetzt schon wieder, wie viele Fouls er später begehen muss. J-Will, J-Will. Und am Ende, das ist mein Mainman, Ludorg, Bucket. Boah, ist Jalen gut in dem Spiel. Hardaway, Bucket. Er ist so gut, er ist einfach so gut, das ist lächerlich. Oh, gute Hände, viel Hardaway hier in dem Spiel und guter Layup. Acht Punkte, drei Minuten wäre easy drin. Boah, ey, wie akrobatisch kann man sein. Kyrie könnte echt auch ein Artist sein oder ein, weiß ich nicht, ein Tourner einfach. Ja, natürlich. Aber nochmal eine Menge Hardaway in dem Spiel. J-Will oder J-Dub, ich weiß nicht, welcher welcher ist. Auf jeden Fall Jalen Williams, können wir sagen. Das ist der Jalen Williams, der genauso geschrieben wird wie Jalen Green. Und der andere wird J-Lin geschrieben, was nochmal für wirrender ist. Aber egal. Ja, Shoutout an die Thunder. Ich glaube, Boxscore können wir uns sparen. War kein Luka dabei, deswegen müssen wir jetzt nicht zu tief das analysieren. Schade für die Mavs, aber guter Win. Auf jeden Fall für OKC. Mir ist gerade eingefallen, weil wir auch die Bucks oder Jannis gerade hatten. Ich glaube, ich wollte irgendein Bucks-Spiel auch gucken. Das hat mir sogar jemand geschrieben in den DMs irgendwie. So, ey, war das Bucks gegen Philly von vor zwei Tagen? Ich mache das mal kurz auf. Ich glaube, da war irgendwas. Ja, komm, wir machen das schnell. War das Bucks-Philly? Ich glaube. Ich mache mal nur viertes Viertel, ob sich das hier lohnt oder nicht. Ja, wir machen wie gesagt nur viertes Viertel. Wir haben natürlich immer eine Menge Bucks mit dabei, deswegen wir machen das jetzt kurz. 83 zu 80. 85 zu 80. Sorry mit der Quali, aber Dawkins hat das auch nicht hochgelegt. hochgeladen. Finde ich auch gut, dass wir gegen Philly auf jeden Fall hinten liegen. Ein Team, was keinen Beat hat. Bobby, Bobby ist amazing diese Saison. Maxi, Batoum, West ist in der Corner. Ah, stimmt, die haben jetzt Buddy. Ja, das ist der Zweite auf der Liste. Ah, stimmt, die haben jetzt den und den. Also Hayward bei OKC ist auf jeden Fall die Eins, aber Buddy gilt in Philly. Ja, stimmt. Ich habe auch echt kein Philly mehr geguckt seit dem Beat verletztes. Oh, gut, das Double-Team gesplittet von Dame. Schöne Pässe. Fuck it. Okay, und wir füllen mit vier. Jetzt wieder Dame. Komm, Yanni für drei. Nee. Yannis gegen Moubamba. Fuck it. Schöner, schöner Move von Yannis gegen Tobias. Hier ist Tobias, hier ist Moubamba. Agarho. Stimmt, Lowry ist auch in Philly. Ja, ich habe echt lange kein Philly geguckt, merkte ich gerade. 102 zu 97. Maxi. Tobias. Tobias. Bucket. 102, 99. Zwei Minuten noch. Let's go. Ja, easy. Easy. Also, das sollte Milwaukee bitte gewinnen. Ich glaube jetzt nicht, dass hier noch eine Überraschung passiert, auch wenn Harris hier scort. Aber fünf Punkte. Wenn der fällt, ist es doch over. Okay. Dann weiß ich gar nicht, warum mir das geschickt wurde. Nee, weil so wild ist es nicht. Okay. Ich meine, dass es eine DM war, wo jemand meinte so, ey, guck dir bitte in der KBJ-Show Philly gegen die Bucks an. Aber das war jetzt ehrlich gesagt gar nicht so wild. Ich weiß auch nicht, haben die Bucks vielleicht sonst gegen irgendwen gespielt zuletzt? Bucks Charlotte. Nee, das ist alles ein bisschen. Nee. Was aber heute Abend ist, ich glaube um 18 Uhr sogar, ist Bucks Clippers oder so. Warte mal, heute Abend Bucks. Nee, Bucks Sons. Bucks Sons ist heute Abend um 19 Uhr. Das ist richtig krass. Da habe ich Bock drauf. Bucks Sons. Das wird nice. Und um 18 Uhr schon deutsche Zeit. Okay. Ich will kurz mit euch über Wemby reden, weil Wemby, einfach nur wegen zwei Zitaten. Wir reden ja immer darüber, dass Wemby schon so reif ist und dass Wemby irgendwie so, ja, so klare Gedanken irgendwie schon fasst und irgendwie genau die richtige Mischung hat aus Selbstvertrauen, aber sich dabei nicht selbst überschätzt und genug humble noch ist und so. Und er hat jetzt zwei Zitate, die einfach so ein bisschen viral gegangen sind in der NBA-Bubble und da wollte ich einmal mit euch darüber reden. Also einmal haben wir hier, warte, in French, Wemby said of Jackson Davis dunk. Also ihr erinnert euch vielleicht, vor ein paar Tagen hatten wir hier auch in der Show, hat Tracy Jackson Davis ja mies über Wemby gedankt. Und darüber hat Wemby gesagt, getting dunked on is nothing, it's part of the game. I dunk on a lot of people and a lot of people dunk on me too. But I think I block more often than I get dunked on, so that's a positive. Und das für einen Anfang 20-Jährigen oder gerade 20, also frisch 20-Jährigen, ist das ein sehr, sehr reifes Statement. Einfach zu sagen, ey, das tangiert mein Ego null, ob da jetzt einer über mich dankt oder nicht. Er dankt genauso über andere Leute und er sagt, solange ich mehr blocke, als dass ich irgendwie aufs Poster gepackt werde, solange ist das für mich ein net positive. Das ist geil. Das ist ein geiles Statement. Aber noch geiler war das hier. Also, er wurde gefragt über den Depoy, nachdem er ja wirklich da Chancen hat dieses Jahr. Und dann sagt er, ich weiß, dass Gobert oder Rudy Gobert has a very good chance of winning it this year and it would be deserved. Let him win it now, because after that it's no longer his turn. Was ist das für eine geile Wortwahl? Let him win it now, because after that it's no longer his turn. Der Mann weiß einfach, wie man mit Worten umgeht. Das fand ich richtig geil. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir, ey, Wemby, du bist schon slick. Er kann einfach gut mit seiner Sprache umgehen. Also klar, er hat zum Französisch gesagt, die haben es übersetzt. Würde mich jetzt aber überraschen, wenn der Typ, der das übersetzt hat, da jetzt groß was dazu gedichtet hat. Also ich glaube, er hat das schon so gesagt. Und das ist einfach ein geiles Statement. So, ey, lass ihn dieses Jahr gewinnen, weil danach ist er sowieso nicht mehr an der Reihe. Das ist ein harter Flex, aber er hat natürlich auch recht, weil also die nächsten paar Depoys werden safe dann durch Wemby gehen. Da müssen wir uns überhaupt nichts vormachen. Und selbst als Rookie jetzt hat er schon gute Chancen. So, jetzt kommen wir endlich dazu, Freunde, dass wir mal hier in die Akras Brunson hatte 42 in Historic Performance. Okay, das sollten wir uns angucken, da habe ich Bock drauf. Wir gucken auf jeden Fall Top 10. Wir gucken Top 10 von gestern. Stimmt, Zion hat ein geiles Spiel, das gucken wir auch. Und ich glaube aber, dass wir, und die Top 10 hier nehmen wir auch noch mit. So, dann haben wir eine Menge Top 10s, das heißt, wir bekommen alle geilen Plays mit. Sorry hier an Jalen Green, aber ich bin mir sicher, dass seine spektakulärsten Plays sowieso in der Top 10 auftauchen. Brunson hatte hier 45 gegen, wen ist denn das? Gegen die Blazers, okay, das ist eh nicht so krass. Und dann aber gegen die Kings, okay, da habe ich Bock drauf. Und wir fangen mal an. Wir fangen aber mit den Zion Highlights an, weil Zion wir wirklich lange nicht mehr geguckt haben. Und die Pelicans gewinnen eine Menge. Deswegen lassen wir hier rein, Zion Highlights, lange nicht gesehen. Gegen die Clippers auch noch. Wir fangen an mit einem Block. Haben wir bei den Clippers alle dabei. Ja, Kawhi, PG, Terence Mann, PJ Tucker ist jetzt drin. Und er bleibt halt diese, einfach diese explosive Maschine so. Niemand hat so einen Antritt und so einen Bounce mit dem Körper in der NBA. Okay, war auch wenig verteidigt irgendwie. Und er sieht in shape aus. Er sieht sehr in shape aus. Da ist nicht viel Bodyfett gerade dran. Das ist nicht der Zion, den wir immer kritisiert haben. Das hier ist eine Maschine. Das hier sieht aus wie der Zion, den sich alle die ganze Zeit wünschen. Das ist in Ordnung. Geh, wir sind schon in der zweiten Halbzeit. Scheinbar macht er viel hier in der zweiten. Und sie können ihn halt nie aufhalten. Geil auch, dass hier komplett Kurzzeit gerade leer ist. Das ist auch hart. Ey, wie kann man Kurzzeitplätze haben und nicht pünktlich beim Spiel sein? Das ist ja so ein anderer Money-Flex. Zu sagen, ja gut, Kurzzeit ist jetzt auch nicht sowas Besonderes für mich. Das ist ein kranker Flex. Wenn ich Kurzzeit-Tickets hätte, ich wäre jede Sekunde am Feld. Ich würde nicht mal in der Pause weggehen. Gute Handles auch für einen, in Anführungszeichen, Big. Er ist ja nicht wirklich ein Big, aber er spielt Big. Aber wir sehen ihn gar nicht mehr danken. Das ist nicht mehr sein Spiel. Gegen Plumlee, Mismatch City. Es ist so unkonventionell, weil irgendwie, er kommt ja eigentlich gar nicht vorbei an seinem Mann. Hier ein sehr, boah. Ja. Neon, das ist auch der, also sorry, den Speed hatte er nicht am Anfang der Saison. Am Anfang der Saison, als noch alles, äh, als noch alles sehr auf Fastfood ausgelegt war in seiner Ernährung, glaube ich, da haben wir sowas hier nicht gesehen. Da haben wir das nicht gesehen. Und da war er auch nicht so in Shape wie hier. No way. Das ist cool zu sehen, dass Zion gesund ist und dass Zion, äh, körperlich fit ist. Ja, das ist schön zu sehen, Mann. Pels führen mit vier. Pels führen jetzt mit sechs. Oh, und das Ding ist, das Ding ist zu, oh shit, oh shit. Ja. Ey. Shoutout an die Pelicans, müssen wir gleich mal in der Tabelle gucken. Die haben, glaube ich, ganz gut gespielt. Ähm, da gucken wir mal schnell bei Brunson rein. Gegen wen hat der gespielt? Gegen die Kings. Ey. Lohnt sich dann vielleicht doch sogar dieses Kings-Game? Weil ich hab Kings nix vorhin gesehen, aber ich wusste nicht, ob sich's lohnt. Lass mal kurz, aber hab ich das nicht sogar durchgeskippt, ob sich das lohnt? Ja, perfekt, ich wurde direkt gespoilert jetzt. Dankeschön. Ähm. Ne, komm, wir gehen hier mal rein. 70-70, kurz vorm vierten Viertel. Wir schauen uns hier das Ende an. Fox of Monk. Erinnert mich irgendwie ein bisschen an Camper und Mike James, auch wenn die überhaupt nicht gleich spielen, aber irgendwie einfach, weil es beide kleine Backcourt-Spieler sind. Hier Murray. Plus vier für Sacktown. Bogdanovic. Oh, Bogdanovic back to back. Oh, guter Block. Oh. Gute Defense der Knicks hier. Fünf Punkte. Harrison. Oh. Ich merk gerade, dass ich müde bin. Stärker Move von Brunson. New York mit vier. Oh, Sabonis hat dann Schlag abbekommen. Kein Pfiff. Hier ist Bogdanovic gegen Sabonis. Minus neun. OG. Äh, Quatsch, OG. OG war in der Defense. Monk war das. Ah, wird viel laufen gelassen. Das ist eh so ein Thema gerade. Es wird viel drüber geredet, dass jetzt mehr, äh, mehr Kontakt zugelassen wird. Mehr Physis zugelassen wird gerade in der Liga. Was spannend ist auf jeden Fall. Es wird nicht mehr jedes Tiki-Tag-Foul gepfiffen. Das hier aber schon. So, Isaiah Hartenstein hier nämlich. Too easy. Wo ist die Room Protection? Boah, das ist ein knappes Spiel. Drei Punkte vor für New York. Noch 40 Sekunden. Und New York hat den Ball. Brunson hat den Ball. Und ich schätze, Brunson macht das im Alleingang. Habt ihr das gesehen? Ich glaub gar nicht, dass das alle gesehen haben. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Hat er ihn stehen lassen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, danach musst du nach Hause gehen. Ist das peinlich. Hat ihn Brunson verarscht? Schau, Brunson signalisiert so, ey, stell den Pick, stell den Pick. Da kommt gar keiner. Oh mein Gott. Das ist crazy. Das in der Crunch Time, einfach deinen Mann verlieren, ist crazy. Und sie spielen weiterhin ohne Randall, muss man dazu sagen, die Knicks. Jo, das war extremst peinlich. Oh mein Gott. Jalen Brunson sagt all the time, the magic is in the work. But you know another saying, Kenny, the devil is in the details. Keyon Ellis turns his head to the wall. Das ist crazy. Oh gut, die von OG. Nope. Harder Brick. Okay. Wilder Crunch Time. Sehr, sehr wilder Game Winner. Okay, Freunde. Jetzt haben wir aus den vergangenen drei Tagen noch, ja, hier, Top 10 Plays, weil ich diese drei Tage einfach nicht hier war. ab, deswegen gehen wir die jetzt alle durch. Und wir fangen an mit Goldman Tater. Let's go. Um das kurz festzuhalten, immer wenn ich nicht hier bin und wenn wir vor allem die KBJ-Show aber so regelmäßig haben wie jetzt gerade, also wenn ich hier bin, dann mache ich eigentlich jeden Tag eine, dann mache ich es wirklich so, wenn ich dann mal ein, zwei Tage nicht hier bin, dass ich versuche so gar nichts zu sehen. Ich scrolle jedes NBA-Highlight weiter, ich will nichts sehen dann in der Zeit, damit die Reactions hier quasi das erste Mal wirklich zu sehen sind. Und wir gucken uns das jetzt hier mal an. Okay, wir fangen an mit einem Zion Alley. Zion weiter in den Shape natürlich. Okay, das ist die von gestern. Ich habe die jetzt nicht geordnet. Und das war das Spiel gegen die Lakers. Also das von heute nach einfach die Top 10. Oh, hier ist Rui. Das ist ein bisschen zu sehen. Oh, oh, let's go, Mann. Über Gerard Allen. Oh, we sind in Brooklyn. Halley. Good pass. 4B assist. Oh, dominating. Krass, über Travis Kelce. Yes. Aber es sah genauso aus wie der Dunk von, also über Wemby. Was ist denn das für eine Halle? Memphis. Okay. What? Den habe ich mal gar nicht kommen sehen. Das sah ja aus wie ein junger Nebron. Was? What? Von Aldama? Okay. Ja, Brunson, ne, Toppin, ah geil, nice, oh das ist sick, ja, alright, also das war die erste, wir gehen in die zweite und dann in die dritte, ja komm, wir machen das jetzt, wir machen das jetzt in Reverse in der Reihenfolge, also das hier ist dann von vorgestern, auch der Goldman Tater, okay, Armin hier, Back-to-Back-Auftritte, verliert halb sein Pflaster, let's go, Yanni, oh oh, okay, er reißt immer fast den Ring ab, ne, er ist richtig pisst, oh, 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 let's go, my man, Kyrie, oh oh, oh, wow, war der hoch, Alter, der war ja auf Level vom Viereck, wow, Goaltending, ja, nein, was sagt ihr, ist der Ball schon im Fallen, ich sag nein, ah, ist schwer zu sehen, ah, ne, ich sag, er ist noch, er ist noch nicht, er ist genau am höchsten Punkt, das crazy Athleticism, ja, das ist verrückt, guck mal, der ist einfach im Viereck, ach du scheiße, den haben wir vorhin schon gelobt, wo ich meinte, der Typ ist ein Artist, vor allem derrick jones einfach mal zu blocken macht Sinn, den haben wir gesehen, der war nasty ok und Top Play ist vielleicht ein Game Winner ah, hier ist er, yo, der ist so nasty, dass er auch noch wegguckt, dass er auch noch wegguckt, ist so disrespektvoll oh mein Gott ja, also das ist ein geiles Highlight von Jalen, nochmal, er steigt ihm auf den Fuß, das darf man irgendwie nicht vergessen so, wenn du jemanden auf den Fuß steigst, dann fällt er normalerweise und ich merke gerade, ich habe Scheiße gebaut, weil ich dachte eigentlich, ich wollte die hier abspielen, habe aber aus Versehen die hier abgespielt ok, das heißt, ich bin mit den Tagen durcheinander gekommen, aber sollte euch nicht weiter stören ja, ich wollte sagen, das klingt nicht nur Dank Goldman Tater Nuggets Spurs, genau, haben gespielt so, Naji dunkt hier über Wemby aber wie gesagt, Wemby juckt das gar nicht jetzt kommt bestimmt ein Block von Wemby ne, alle danken über Wemby das haben wir gesehen Browskis das haben wir gesehen oh, Franzi in der Top 10 Franzi in der Top 10, let's go ah, Mimeli ok, also mit dem Assist, ja ja, weil er einfach so ein guter Passgeber ist bester Passgeber der NBA, würde ich fast sagen Jokic wünscht, er wäre so ein Passer wie Franz jetzt kommen wieder alle weißt du, du weißt gar nichts über Basketball wie kann man sowas sagen oh holy shit mein Boy Herb Jones oh, wie ich den Jungen feier und wie ich den Jungen feier, ey und da hast du als Paul George danach auf jeden Fall kurz ein Ego-Problem weil beim Dreier geblockt werden ist so ziemlich das nimmt dir einfach alle Ehre, das nimmt dir alles Selbstbewusstsein und das nimmt dir wirklich die Ehre beim Dreier geblockt werden ist ein anderes Level an Disrespect das willst du nicht erleben ok, bin gespannt Polo uh, ja nice jetzt gucken wir uns gleich an in der Tabelle wie die Magic eigentlich stehen Hornets es ist der Pass into Mild Bridges und da hat ein nice Dime warum sagt der Mircic okay bin gespannt oh oh now that's a Poster über sein Wett über sein Wett ah, wie sie sich Props geben danach auch ist geil warte, hoffentlich haben die das ach, ihr Jockel ihr müsst doch das gehört doch zum Play dazu lass das doch laufen kurz guck die beiden wie sie jetzt hier aufeinander gehen und er ist like ja, guter Dank, Bro ja ok nice so was haben wir gesagt wir müssen noch Tabelle machen also wir gehen mal in die Tabelle Freunde wir haben was passiert denn hier also was ist überhaupt noch spannend wir müssen gar nicht alles vorlesen weil also Celtics sind unerhinholbar so solche Sachen machen wir gar nicht mehr wir haben die Magic mittlerweile an der 5 aber da waren sie jetzt teilweise schon öfter haben jetzt 2 gewonnen in Folge und die nix gewinnen aber auch deswegen wird es schwer für sie da rein zu kommen ähm oh nein ich habe einen mieser sitzen oh ich will nicht miesen ohne Kamera ok ähm ja Play-In haben wir schon oft drüber geredet dass das eigentlich klar ist Brooklyn Brooklyn ist ganz interessant weil Brooklyn hat seinen eigenen Pick nicht ähm zumindest glaube ich das ich glaube Brooklyn hat seinen eigenen Pick nicht das heißt das bringt denen gar nichts wenn sie hier schlecht sind gerade ähm deshalb ist die Frage was die jetzt machen ob die das Play-In noch angreifen wollen oder nicht aber es sieht ehrlich gesagt im Moment nicht so aus Raptors verlieren nur noch gut die haben auch Barnes verloren äh Hornets, Pistons, Wizards müssen wir uns nicht mit beschäftigen aber nochmal Props an die Wizards dass sie es geschafft haben wacker zu sein als die Pistons das musst du erstmal hinbekommen und im Westen Thunder an der 1 Nuggets an der 2 haben aber den gleichen Racket Nuggets gewinnen irgendwie alles seit dem All-Star-Break also ich kann mir vorstellen dass die bald die Thunder auch überholen werden Wolves ohne Cat halten sich weiterhin gut Clippers sind auf 4 Siege entfernt also Shoutout an die Wolves dass sie sich da oben halten ähm die Pals creepen immer höher ja sind an der 5 die muss man auf jeden Fall im Auge behalten nur ein Sieg hinter den Clips ähm Suns und Kings und Mavs haben so ein bisschen ja eigentlich sind so der die vorletzten und der nee der erste und der und der zweite Play-In-Spot weil 7 und 8 sind ja schon Play-In genau und dann hier Warriors Lakers haben wir drüber geredet so die haben vorhin gespielt und die Lakers sind an der 10 Warriors an der 5 und ich hab gesagt die Rockets kommen und ja die Rockets kommen wirklich die haben 5 in Folge gewonnen 7 aus den letzten 10 können theoretisch hier noch angreifen aber ich ah ich weiß nicht ob die so ob die so stark noch attackieren werden jetzt gegen Ende und ich glaube auch nicht dass die Lakers nachlassen werden achso wir könnten mal nachgucken was eigentlich mit AD ist ich guck mal schnell ob ich dazu irgendwas finde ähm was hab ich hier ich hab irgendwas gelesen hier Lakers Anthony Davis has suffered a corneal abrasion what what the fuck is a corneal abrasion also das hier corneal abrasion wüsste ich echt nicht was das heißt warte ich guck mal nach ein Hornhaut abrieb ok also irgendwas irgendwas war mit seinem Auge und das hat ihn scheinbar äh das hat ihn scheinbar ein bisschen rausgenommen schade auf jeden Fall ähm was ist bei den Lakers passiert irgendwie mal also scheinbar gab es da Probleme mit der Uhr und das hat LeBron aufgeregt lass mal kurz gucken ok LeBron ist angepisst ja scheinbar gab es da ein paar Probleme mit der Uhr in diesem Laker Game ok damit sind wir aber würde ich sagen für heute durch yes ich glaube wir haben alles gecovert was wir covern wollten ähm ok wir sind wieder da Leute wie gesagt ich war jetzt wann war denn das Mittwoch bin ich ja schon losgefahren genau Mittwoch bin ich schon losgefahren da waren auch die beiden Interviews äh hier nochmal der Hinweis also guckt euch das sehr sehr gerne an äh Mike James war sehr cooles Interview und nächste Woche dann das Interview mit Kemba was ich tatsächlich sogar persönlich noch ein bisschen besser fand weil ich mit Kemba einfach noch ein bisschen besseren Vibe hatte äh vor allem gegen Ende haben wir richtig cool geredet und ja war nice hat auf jeden Fall Bock gemacht deswegen schaut euch gerne die beiden Interviews an also das haben wir Mittwoch gemacht Donnerstag waren wir dann beim Spiel Alba gegen Monaco und Freitag waren wir dann im NBA Store und haben da JT interviewt von von Alba und vom deutschen Nationalteam also es war ein sehr sehr cooler Trip wir haben eine Menge gemacht ich habe auch einiges gefilmt ähm ich weiß noch gar nicht ob ich es veröffentliche ehrlich gesagt weil ja mir ging es am letzten Tag dann nicht mehr so gut deswegen habe ich auch das JT Interview zum Beispiel gar nicht gemacht das hat dann Siebes alleine gemacht ich war nur hinter der Kamera weil äh es mir einfach wirklich nicht gut ging an dem Tag ich habe nicht geschlafen im Hotel wurde die ganze Zeit gebohrt und gehämmert und ich konnte einfach nicht pennen äh deswegen war ich auch nicht im Podcast dabei und ja war alles ein bisschen schwierig am Freitag aber jetzt bin ich wieder hier ähm soll auch erstmal so bleiben für die nächsten Tage ich bin hier und da immer mal weg an einem Wochenende aber ich versuche dass so wenig wie möglich KBJ ausfällt äh KBJ eigentlich immer jeden Tag außer Samstags Samstags macht es meistens keinen Sinn irgendwie eine hochzuladen aber ich versuche dass es sechs Tage die Woche ist und ich überlege wieder und da werden jetzt manche sagen hä das hatten wir doch schon ja ich überlege wieder mit einem KBJ Clips Channel ähm ich hatte das mal kurz gemacht für ein, zwei Videos dass ich äh Sachen aus der KBJ Show geklippt hab und das auf äh dem Zweitkanal gepostet hab da hat es meiner Meinung nach dann aber hab ich auch in der Resonanz gemerkt von euch überhaupt nicht gepasst vom Content her das war einfach nicht der Content warum Leute auf äh damals Kobi Björn und Kat heute Bobi Kjörn warum die Leute dahinter ähm abonniert hatten deswegen hab ich's dann wieder gelassen aber ich denk mir schon also ich weiß jetzt nicht wie lange das Video ist wahrscheinlich eine Stunde oder ja Stunde 10 ähm da wird so viel in diesen eine Stunde 10 oder 40 Minuten oder wie lange auch immer gehen so viele Highlights oft unter ähm und viele Leute haben halt großen Respekt vor so einem langen Video und sagen so naja das guck ich jetzt nicht guck mir keine äh eine Stunde Basketball Highlights an was total verständlich und cool ist aber ich hätte gerne dass so ein paar dieser Highlights trotzdem irgendwie da draußen sind deswegen mach ich jetzt wahrscheinlich einen komplett eigenen Channel auf den ich einfach KBJ Clips oder sowas in die Richtung nenne und da weiß dann auch jeder okay da kommen auch nur Clips aus der KBJ Show ähm da kommt auch nichts vorab sondern das wird immer erst nach dem langen Video veröffentlicht das heißt für euch ändert sich gar nichts wenn ihr Fans von der Show hier seid dann ey könnt ihr einfach weiterhin genau hier so gucken wie davor aber es geht einfach so ein bisschen darum dass bestimmte Themen weil ich auch so oft gefragt werde so ey sag mal was zu dem sag mal was zu dem und dann denke ich immer ja ey wir haben in der KBJ Show drüber geredet aber ich kann der Person jetzt kein einstündiges Video schicken und sagen hier guck mal in dem Video irgendwo habe ich da über Wemby zum Beispiel geredet dieses Ding mit den Zitaten ähm das ist zum Beispiel ein cooler Clip der sonst total untergehen würde das würde wahrscheinlich nie jemand sehen aber das wäre etwas was man dann clippen könnte und dann hat man irgendwie ein kleines kurzes Wemby Thema und Leute die halt nicht die Show gesehen haben wissen dann so ah okay das ist seine Einschätzung oder das ist seine Meinung zu Wemby gerade das finde ich eigentlich ganz cool ja deswegen ich mag die Idee äh KBJ Clips werde ich jetzt wahrscheinlich machen äh wenn ich hiermit fertig bin und genau wenn ihr dann hier und da mal ein Clip seht äh dann könnt ihr ihn euch gerne angucken oder auch nicht wenn ihr eher die Typen seid die komplett die Show gucken ja viel mehr ist nicht manchmal will ich am Ende gar nicht hier raus weil mir das auch Spaß macht so am Ende noch ein bisschen zu reden aber jetzt steht erstmal nichts an ich bin in Hamburg genau ich glaube das ist sogar nächste Woche schon nächste Woche Samstag nee Sonntag nächste Woche Sonntag bin ich in Hamburg äh das spielt Hamburg gegen Bayern in der Barclays Arena das ist glaube ich das erste Mal dass die da spielen oder eine der wenigen Male dass sie in dieser Riesen Arena spielen deswegen da bin ich am Start da freue ich mich extrem drauf auf das Spiel das wird bestimmt geil für alle die da in Hamburg sind äh sag gerne was geht ab oder sag gerne hi freue mich immer war in Berlin auch cool waren ein paar Zuschauer da war sehr sehr cool ähm yes ey damit beenden wir es jetzt wie gesagt tausend Dank für den Support checkt gerne das Interview äh checkt gerne vor allem nächste Woche das Camber Interview und dann die Woche darauf JT im Interview also eine Menge Interviews bei einem Draft in der nächsten Zeit vielen vielen Dank für euren Support und ich bin jetzt raus wir hören uns morgen wieder gleich nicht gleiche Uhrzeit unter der Woche 14 Uhr an den Wochenenden meistens so 10 Uhr 30 11 Uhr okay Leute haut rein wir sehen uns Peace Peace Vielen Dank.